laden der fähig Achtung Fahrlos Fahrlos was machte nur für ich ihn der Kloge keine Chance das gesucht Prozent weiß nicht abstehen war ich über gleiche Geld entladen das sind beim nächsten Laden lassen und aufladen Kohlreis ist wieder heiß gibt doch nette Spiele Kometscher hatte ich verstehe es nicht der ist auf sich einmal die Ampel genommen mach mal schnell warum bin ich da doof hab ich schon weißt du wo du hin musst ja zum Marker warte mal auf mich ich bin nicht so schnell weil alles so verwirrend ist jetzt Geld entladen hä bitte parke das Fazit nun wieder so ein wie es war war's das jetzt ja was also musst du aber Geldladen eingeben und das war's okay aber wenn du für 8800 bekommt er sei weil das scheiße schnell geht ne also hat Risiko überfallen zu werden scheint ziemlich hoch zu sein sonst wäre der Verdienst dafür nicht so hoch ich bin ganz nett das Auto über den Berg hoch langsamer das haben Autos mit schlechten Motor beziehungsweise Untermotorisierung so an sich das ist ein Scheißhaus ich glaube das ist ein Securica ja das ist gepanzert deswegen ist es wahrscheinlich zu schwer das war Strasse das war knapp Schöne werden wir uns mal an Schöne das hier mal mit der Waffe Fock weg 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 hier weg hier da war fast immer nur fahrende mitten auf der Straße gesehen hast du das Ding gesehen der Gewerbe in der Hand, du Idiot. Ja, Lolo, ist wohl ein paar. Jolo und Mr. Gamer zockt sich nur verheimratet. Jolo? Ja, Jolo. Ja, das ist ein Polizist. Tschüss, ich hab mich verfahren. Oh, ich glaub, ich werd gleich überfallen. Max, das gleich nochmal, oder? Ich hab blutwächtigt, ich nicht mal würde. Da sind die Bullen. Boah, dieses Auto zu fahren ist einfach nur so behindert. Sie haben die maximale Geschwindigkeit... Oh, ich will mich wieder so alle fünf Minuten arbeiten. Ich geh mir ernst. Sherry, ich hab Punkte, wie kann ich die anschauen? Slash. Er sagt, fünf Minuten warten. Fahrzeug, ähm, Slash. Sankt, Slash, Findcar, Slash, Mieten, Slash. Slashpunkte. Geht das? Ne. Slash, Fahrzeug, Slash, Scheinsperre. Keiner an der Scheine ist gesperrt. Slash, Scheine. Okay, ich habe... Autoschein, einen von zehn Punkten. Ich hab... Ich hab, äh, Flugscheine... Schlash, Scheine, ey. LKW schon hab ich nicht, Boot schon hab ich nicht, Waffenscheine. Ahaha, Abitur holt, bis der Gerhard hat dich grad geheiratet. Aber du scheine vorhanden nur von zehn Flugscheine nicht vorhanden, Waffenscheine nicht vorhanden. Bootscheine nicht vorhanden, LKW scheine nicht vorhanden, Motor scheine nicht vorhanden, läuft von mir. Du kannst du alle fünf Minuten arbeiten. Ja, ich weiß, ich würde dir sagen, dass ich zu spammen, weil du musst ab der Meldung fünf Minuten warten, das war vom Busjob so. Stimmt, das habe ich noch einmal gemacht, habe ich mir wenigstens. Also ab 45 Jahren machen wir da irgendwas mit dem Auto. Ja, warten. Einfach Motor aus und warten. Motor aus. Da wird das mit ziemlich vieler geht. Der Zettel wird langweilig, Jerry. Aber mal 8,8 dafür bekommt, dass Busverrecht unterbezahlt. Du musst das, was für das Risiko damit verbunden ist. Wie lange hast du vor, jetzt noch aufzunehmen? Hä? Wie lange hast du vor, jetzt aufzunehmen? Wo auch eine Ahnung, bis ich keinen Bock mehr habe. Na gucken. Ich werde es nicht mehr so lange, weil ich das Spiel noch weiterbauen will, ne? Ja, nein, ich meine, es war auch noch eine Pause, bis wir wieder fahren können. Ich finde, ich finde ich nicht, warum denn? Obwohl, stimmt, es wird langweilig, ne? Okay, bis denn. Und bis denn. So sehen wir wieder die Zeit, zwar jetzt noch nicht rum, aber ich versuche, jetzt war die Bank aus, warum das funktioniert. Und zwar, äh, normale Serverbefehle, erlaubt Befehle. Slash Bank auslauben. Du bist nicht in der Bank. Äh, wir sollen das Auto direkt davor parken. Ach, kein Problem. Wie ist, glaube ich, der Tresor, oder? Du bist nicht in der Bank. Das ist der Tresor. Du bist nicht in der Bank. Nein. Bin ich nicht. Probier du mal, ob das bei dir geht. Wie geht es der Befehl? Slash Bank auslauben. Geldcheck einlösen. Du bist hier in der Bank auf jeden Fall. Wir müssen, glaube ich, in der andere Bank. Und in welche? Gibt es nicht noch mehr Banken? Banken plus. Los Sonntags Bank. Sind wir, wir sind nämlich, wir sind nämlich, wir sind jetzt in der Wahlbank. Geben wir die normale Bank. Beifuß. Ich habe die Idee, ich das weiß, wie wir da durchkommt, durch die Sache. Wie? Du musst mich einfach als Geisel. Okay, und ich habe keine Waffe. Du sagst einfach so, ja, ich habe die Geisel, ich schlag die Geisel tot, wenn ihr reinkommt. Kein Fahrlehrer online. Komm, dein Auto. Ab geht's. Okay, abgemacht, so ist der Plan, okay? Ja, gut. Ich bin einfach deine Geisel. Dann sagst du, die dürfen nicht rein oder die fühlst mich. Ich glaube, ich weiß, ob der Server, ja, Roleplay-lastig ist. Du versteckst einen einfach in der Dresd und dann sagst, ich habe die Geisel, kommt nicht näher oder sowas, okay? Same als event. Nein. Schade. Das hier ist die Bank. Los Santos Bank. Slashk, Slashk. Der Motor lässt sich jetzt bauen. So. Ähm, bitte weh, mit Ende-Taste. Okay.